Hallöchen liebe Leute und herzlich willkommen zu einer zweiten Runde QuakeCraft auf den MC Hypixel-Servern. Ja ich war die letzten zwei Wochen oder die letzte Woche im Urlaub und konnte deshalb keine Videos hochladen, es tut mir leid, aber jetzt in den Ferien versuche ich zwei Wochen, nein, alle zwei Tage ein Video hochzuladen, von welchem Spielmodi auch immer. QuakeCraft wird das jetzt wohl erstmal die erste, die letzte Folge sein, ach was verhaspel ich mich denn heute so beschissen. Ich habe davor schon versucht eine Folge aufzunehmen, aber ihre Runden bestanden komplett aus MVPs und ich hatte keine Chance, den konnte ich jetzt nicht wirklich holen. Ja, supi. Ähm, Double Kill? Für die? Ne, für, aua, für uns, für wen auch immer, wo bin ich? Mitte, Mitte, oben, Mitte, Mitte halt. Ja, das ist eine kleinere Map mit acht Spielern. Ich habe mal versucht auf einer größeren Map aufzunehmen, das geht aber überhaupt nicht, weil man sich nicht vom Spawn wegbewegen kann, ohne zu sterben, wenn ein MVP oder so in der Map ist. Geil, dieser Typ wird bestimmt gewinnen, ich sag's euch, so wie der hier teilweise campt. Ja, hat er gewonnen? Ja, natürlich hat der Typ gewonnen. Schade, keine sonderlich gute Runde, vielleicht wird die nächste besser. Naja, bis gleich. Da geht es weiter in der zweiten Runde auf der Map. Dickside, die ich ja selber überhaupt nicht leiden kann, aber sie wird eben gerne gespielt und deshalb werde ich sie jetzt auch noch einmal spielen. Nein, der wurde von hinten erwischt. Ja, wir haben wieder zwei MVPs oder so in dieser Map, das heißt, wir können nichts reißen. Ja, wir sind jetzt schon irgendwo in der Mitte, schon halb durchgereicht, sag ich mal. Ja, keine Chance, den zu kriegen. Kann man den denn dort schaffen? Ja, den haben wir. Ja, klar, das war eine MVP. Lederrüstung, MVP. Ich hasse es. Aber darüber habe ich mich letzte Woche, letzte Runde meine ich, ja schon halbwegs gut ausgesprochen. Ja, geil. Von hinten, wir sind Vorletzter. Das läuft auch wieder herrlich scheiße. Ich habe keine Ahnung, woran es jetzt wirklich liegt. Ob es wirklich die MVPs sind. Das ist auch der Einzige, den ich hier irgendwie töten kann. MVP natürlich. Ja. Hat der mich getötet? Ja, hab ich ihn getötet? Das wäre ein Wunder. Ja. Also ich weiß nicht, ob man da wirklich auf, ob ich da wirklich noch auf Hypixel weiterspielen kann. All diese Sache mit MVPs und Pay-to-Win und besseren Items, das geht mir hier ziemlich auf dem Sack auf diesem Server. Ne, damit hast du mich nicht bekommen. Double Kill? Ja, immer noch, äh, Dritter von hinten. Achso, das geht mich, äh, das geht mich auf die Sack. Nein, das geht mir für mich auf den Sack. Und, äh, wenn da nichts dran geändert wird, dass das so unfair ist, dass man nur mit, ähm, mit Geld hier etwas reißen kann auf diesem Server, dann werde ich hier nicht mehr spielen. Tut mir leid, aber, ähm, so ist es halt. Ja, trotzdem wollen wir uns jetzt nochmal hier umschauen, ob wir etwas reißen können. Lustig, dass der uns nicht von hinten gesehen hat, der MVP. Aber, ähm, ah, komm hoch. Haben wir den getötet? Geil. Ah, da oben ist einer. Und da unten leider auch. Oh, dieser komische Zombie-Typ. Den kann man wenigstens noch töten. Aber ich bin kein Targeter. Hoppla. Aber den da unten will ich mir holen. Haben wir den? Ne, ich glaube nicht. Und wieder tot. Es läuft echt herrlich scheiße. Wegen diesem großen Sale jetzt hier, ähm, wo die Sachen teilweise 75% off sind, gibt es noch mehr VIPs und MVPs. Und wenn man einfach nicht dafür bereit ist, ähm, Geld zu bezahlen, um zu gewinnen, dann hat man hier eigentlich keine Chance mehr auf dem Server. So werde ich, denke ich, jetzt auch nicht mehr darauf spielen. Es gibt einen neuen Spielmodus, den werde ich vielleicht nochmal zeigen. Aber ansonsten gebe ich das hier auf und werde auf den anderen Servern spielen, wie eben Hive oder MC PvP. Ja, damit wäre die Runde vorbei. 25.18. Wir haben neun. Ein MVP ist wieder drauf. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht mehr, was ich da groß noch machen soll. Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Ja, und damit willkommen in der letzten Runde. Ich bezweifle, dass wir hier auch etwas reißen können, weil wieder VIPs, MVPs und ein Helper in dieser Map sind, die natürlich wieder alles mögliche können. Ich muss versuchen, mich weniger drüber aufzuregen, weil es, glaube ich, leicht abfuckt. Und ich legge. Auch wenn es wirklich schwerfällt, wie auch immer er mich da kriegen konnte. Durch die Wand. Aber, what you gonna do. Klar, er dreht sich um. Ich bin sofort tot. Wie er mich so schnell sehen konnte. Ich weiß es nicht. Ja, geil. Ich kann mich nicht mehr bewegen, ey. Ja, wieder VIP. Ja, der Helper hier. Helper und MVP. Seht ihr schön im Chat, wie die hier jeden einfach nur töten. Keine Chance. Geil. Ich kann mich nicht wegbewegen, ey. Wenn man hier auf diesem Server kein Geld bezahlt, dann kann man nicht gewinnen. Das ist auch bei, äh, bei Cops and Crimes so, oder Cops and Crims, wovon ich ja mal zwei Runden gespielt habe, wenn man dort nicht irgendeinen Rang auf diesem Server hat, hat man keine guten Waffen. Und nur wenn man die guten Waffen hat, kann man überhaupt mit seinem Team gewinnen. Und wenn ein Gegnerteam einen oder zwei MVPs hat, dann hat er sofort gewonnen. Das ist schade, dass es überhaupt nicht mehr um Skill geht auf diesem Server, sondern nur noch um Geld. Aber, ähm, was soll man denn da tun? Wir haben uns irgendwie in die Mitte vorgearbeitet, wie auch immer. Wenn wir jetzt nicht von hinten getötet werden, dann... Ja, geil. Er hat mich auch erstmal durch die Wand erschossen. Naja. Wir haben auch, äh, geringere Nachladzeiten, habe ich das Gefühl, für ihre komische Railgun. Ja, und der tötet er mich wieder. Wo soll ich denn noch hinlaufen? Ja, er hat sofort gewonnen. Wir haben drei Kills gemacht. Und, äh, erster ist Helper, zweiter MVP Plus und dritter mit, äh, 15 Punkten, 10 Punkte Abstand auf den ersten. Ein normaler. Also es macht echt keinen Schrag mehr auf dem Server. Wenn ihr sowas unterstützt, meinetwegen, aber, ähm, ich sehe darin nicht, keine Sachen mehr von Skill, sondern einfach nur, ja, ein gewinnorientiertes Spielen. Und das passt mir eigentlich gar nicht, weil Minecraft ein Spiel ist, ähm, was eigentlich für jeden da sein sollte. Ich meine, ich könnte mir jetzt natürlich auch irgendeinen fetten Rang kaufen, um hier, äh, die Spiele gewinnen zu können. Aber, ähm, ich habe einfach darauf keine Lust. Weil, ich finde, es ist deutlich, es macht deutlich mehr Spaß mit Skill zu spielen. Und wirklich gegen Leute zu spielen, die dieselben Chancen und dieselben, ähm, Sachen haben wie ich. Als gegen Leute, die, äh, von Beginn an einen Vorteil haben, weil sie dem Server Geld gegeben haben. Ähm, und ich finde, das macht so einfach keinen Spaß mehr. Das war dann, äh, jetzt die letzte Runde auf diesem Server. Es kommt noch eine Folge mit einem neuen Spielmodus, der auf dem Server rausgekommen ist. Aber, ähm, mir macht das so keinen Spaß mehr, wenn ihr das unterstützt, meinetwegen. Aber ich tue es nicht. Naja, dann hoffe ich, dass ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Wenn es euch denn gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Daumen oder ein Feedback. Würde mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao.